Musik Musik Ja Super, jetzt habe ich eine Kugel am Arsch Das muss ich gleich nochmal ändern Dann werden wir dann wieder in der Lobby stehen Musik 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 Cool, da landet einen im Wasser Ja Die ist tatsächlich im Wasser gelandet Ja Hol ich mir gleich, weil hier sind nämlich auch noch vier, hier sind kleine Minis im Wasser Ich hole die Southpacks Ich habe zwei, äh, 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 Büsche, unterwegs auf dem Grünehaus Die ist im Wasser. Die Minis? Ja, die Minis sind im Wasser, habe ich aber gesagt. Ja, ich dachte, die Minis sind ein bisschen ausgegangen. Also wenn du Pfeile hast, kannst du die mir dann auch gerne droppen, weil ich einen Flammenbogen dabei habe. Oh, na gut. Motorrad? Ich bin nicht. 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 Wir fahren erstmal hier hin. Okay, erstmal zu deiner und dann. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Die ist dort immer im Flammen. Ja, das ist doch immer im Flammen. Wie liegt der hier im Erdnach? Grün? Ja. Habe ich schon. Okay, ich bin auf dem Weg. Ah, super. Goldenes Excalibur. Ja. 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 Immer von der Tanke aus, dass sie sich eingeschanzt haben. Hast du noch Pfeile? Ja, besser als gar nichts. Alter, wieso hüpft denn dein Lack? Okay. Das war gerade sehr gutes Timing. Ne, die Pack nehme ich mal mit, ne? Ja, das kann ich mal. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Schatzschrabbeln jetzt nicht. Jedes Mal, wenn bei mir ein Schmetterling durchs Bild flattert, würde ich schon sagen. Da ist einer, aber... Ja, es war schön, wenn wir die Puppe geteilt ein bisschen anpassen können. Es ist schön, wie das Spiel ist, aber andere, die diese ganzen Dinge ausschalten können, haben übrigens einen Vorteil. Oh, fuck. Rechts von mir. Recht? Nee, zum Glück nicht, aber... Wenn wir hier drauf nicht unten landen. Wenn wir rechts rum, dann fallen wir dem vielleicht den Rücken, den ich da gesehen habe. Ja, da war einer. Ich dachte, da war was. Ja. 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 Oh. Wo ist denn der? Oder hast du den? Probierlich auch. So, kannst du kommen? Ja. Ne, alles gut. Nein, hinter mir ist einer. Der scheint ihn jetzt aber auch anscheinend nicht gesehen zu haben. Ja, dann musst du Scheißnebel mal ein Auto finden, wo der... In dem Scheißnebel, der voller Tag stimmt, dass er nicht kommt. Ja. Hast du es aufpickst? Ja, fünf Stück. Dann lass mal noch schnell was drauf. Ja. So. Ja. 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 Ich hab dann zwei Midi-Packs für uns, die wir uns fixieren. reinziehen können. Okay. Die weinen, das ist ja soviel. Das ist ja soviel. Ja. Und das ist ja soviel. Schießt was? Da kann man hier nicht hochkommen. So geht man in die andere Richtung. Auto? Auto. Aber wo sitzt die Karre? Oh, steh die Buschminder. Da war auch kurz zugedacht, so scheiße! Oh! 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 Hmm. Alter, wenn ich hier nicht, äh, 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 Offrolettings eingescholpert hast. Bist am Arsch. Oh! Wo ist der? Ach, ne, okay. Bande. Der läuft innen drin rum. Hier drüben ist eine Seilrutsche, dann rüber, da könnte man dann... Ja, ist einer. Ja. So. Noch nicht. Da direkt unter uns ist einer. Der war hier gewillt, da hier ist er. Ja, ums Haus rum. Gegenüber, ne? Wie soll... schau mal was flitschen der dahinten zu blöde rum von uns noch einer da ist runde in die höhle so ein pisser ja naja wenn man die seilrutschen nicht verpasst bin gleich bei dir ja ich bin gleich da wir werden gleich sehen wenn der sturm sich wieder beruhigt hat wird dann kommt nämlich meine markierung und geschossen sehr gut kann zum abschluss keinen e-mails mehr machen warum nicht ich glaube jetzt noch mal ausgekloppt hat ja ja Untertitelung des ZDF, 2020